Hallo Zuschauer aus Deutschland, Österreich und Schweiz. Ist es bei euch auch gerade so trüb, grau, kalt und dunkel? Bei mir jetzt zum Glück nicht mehr. Ich fahre nämlich in den Urlaub und ich nehme euch mit. Also ihr seid nur virtuell dabei. Ich nehme Sinan mit. Und wir fliegen in die Wildnis. Ich habe mich extra schon fresh gemacht für 2 vs. Wild. Und wir haben grandiose Formatentwicklerinnen an unserer Seite, die sich ein tolles Format für uns ausgedacht haben. Wir wissen auch nur zur Hälfte, was passieren wird. Aber wir werden uns von einer Seite zeigen, die ihr bisher noch nie gesehen habt. Und damit meine ich nicht meine Kopfhaut, die habt ihr ja jetzt schon gesehen. Aber so eine innere Seite, die ihr noch gar nicht kennt, fliegen wirklich fast ans andere Ende der Welt. Nicht ganz. Antipode zu Deutschland liegt ungefähr bei Neuseeland. Aber also näher an Neuseeland dran, als an Deutschland sind wir. Und es wird endlich tropisch. Ich gönne mir eine Alternative zu Deutschland. Hier diese ganzen Häuser und alles. Und immer so graue Fassaden. Da ist wirklich alles schön voll mit Pflanzen und Tieren, die ich noch nie gesehen habe. Ich freue mich riesig drauf. Ich werde euch mitnehmen. Wir wissen noch nicht genau, wie stabil das Internet ist. Deswegen wird es da keine Streams geben erstmal. Vermutlich. Außer es ergibt sich irgendwas. Aber regelmäßige Uploads, weil wir nämlich im Haus von einem gemeinsamen Zuschauer von Sinan und mir unterkommen werden. Der hat da so eine kleine Zweitwohnung und fliegt öfter mal hin und her und hat gesagt, er ist gerade nicht da. Das Haus steht eh leer. Er guckt gerne unseren Content und er würde uns gerne in Urlaub genehmigen. Dezember lief gut und das habe ich in Flugtickets investiert. Schön in die Wildnis. Ich freue mich so richtig. Stay tuned. Guckt auf diesem Kanal. Es wird regelmäßige Videos geben. Wenn ihr mehr die regulären Videos, die geskripteten, längeren, geschnittenen Videos mögt, dann stellt euch einen Wecker auf 16. März oder so, macht so lange die Glocke weg und dann macht ihr die wieder an und deabonniert oder sowas. Ihr könnt ja, also es wird jetzt ein Monat, das ist ein Neuanfang auf diesem Kanal, aber nicht direkt. Es ist quasi ein Urlaub auf diesem Kanal. Aber hey, sonst würde da gar nichts kommen, wenn ich einfach nur Urlaub mache. Ich bin immerhin, ich bin verwachsen mit der Community und bringe weiter Content, Content, Content. Auf dem Zweitkanal gibt es voraufgezeichnetes Zeug. Auf dem Stream-Highlight-Kanal ist aber auch alles ganz lustig. Eher so die zeitloseren Sachen. Ich habe immer ein bisschen auf Halde gehabt. Ich habe immer gedacht, die aktuelleren Themen, die haue ich direkt raus. Und wenn irgendwas witzig war, wo ich denke, das geht in zwei Monaten auch noch, dann habe ich mir das erst mal aufgehoben. Die kommen jetzt auch weiterhin täglich. Und hier entweder auf diesem Kanal oder auf Sinans Kanal, unten verlinkt, zwei Kanäle. Beide abonnieren, wenn ihr das sehen wollt. Guckt doch mal rein. Es wird witzig. Also es wird vor allem, glaube ich, mir Spaß machen, aber euch wahrscheinlich auch. Und Sinan, wir sehen uns. Ab Mitte März wieder regelmäßiger Content, wie ihr es von hier gewohnt seid. Also so einmal im Monat ein gescriptetes Video. Vielleicht auch zwei, ja. Stay tuned, bitte abonnieren. Tschüss. Olli ist der Beste. Chang 우와... Olli ist der Beste. Das war's Tara. Ciao.